Oder muss der letzte Mob auch ein Zuzler sein? Ja, das stimmt. Hey, da waren wir doch gerade. So, noch mal ein Aufzug? Oh, oh, da ist ein Comanche-Helikopter. Ein Comanche? Ein Indianer, ein Indianischer Helikopter. Ey! Komm doch mal auf hier. Du stellst dich wirklich in den Helikopter rein? Ja. Ich dachte, ich bin Google sicher. Google sicher. Oh, oh. Ah, meine Güte. Ich komm halt nicht weg. Lieg da, krieg ein Helikopter aufm Arsch. Es ist mir auch gerade genauso passiert. Also eigentlich bin ich nicht schuld gewesen. Nämlich sind die Checkpoints fair. Ja, das stimmt. Na, wo fliegst du? Schön, hab mich erst mal voll erwischt. So wie das so ein pures Ausweichspiel. Mhm. Weiß ich mal. Ja, Chef. Hä? Das ist so mein Bahnhof-Level. Ja, ist super, weißt du? Ich steh auf und dann schießt er. Oh. Ja, komm komm komm. Lass mich raus. Lass mich raus. Du hast aber auch die Ruhe weg. Jo, ich zutz will nochmal nebenbei. Ja, naja, kotze. Jetzt hab ich auch seinen offenen Hintern gesehen. Ich glaub da ist einfach zu viel Arsch für die Hose. Das kann sein, ja. Oh, oh. Das war eine dumme Idee. Das war eine sehr dumme Idee. Ey, wieso lebe ich denn? What? Weil ich dich versucht habe aufzustellen. Oh, ey, das musst du sagen. Ich hab da nicht mehr drauf geachtet. Ja, ey, hallo. Ich hab da echt nicht mehr drauf geachtet. Ich dachte, du machst es jetzt, bis das da erledigt ist. Ja klar, ne? Boss Level oder so ähnlich. Das ist alles mein... Meine Verantwortung quasi, ne? Ja, mein Auftrag. Mein Auftrag war einfach nur schnell zu sterben, damit ich dich nicht behindern. Ach du, weg, 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 weg. Oh, die Sau, ne? Die schießt sich auf ein... Die schießt... Der hat sich auf mich eingeschossen. Der geht genau dahin, wo ich bin. Na, Tatsache. Jetzt geht er wieder in die Mitte, ne? Ja, ja, du Arsch. Der hat sich auf mich eingeschossen. Ich denke ja schon wieder mitten... Oh, komm. Jetzt, jetzt... Nee, jetzt wird man noch auf mich. Mann! Ich komm... Es sind so viele Feinde hier grad. Ja, ja, warte. Dann nutzen wir das doch mal aus. Ja, ja, ich würd's ja gern. Jetzt, komm, auf. Mach mal weg hier. Sehr gut. Ja, wohin? Hahaha, jetzt ist er verwirrt. Oh, shit. Ich bin mittendrin gewesen. Ich lebe noch. Mal heilen. Und ich glaube, jetzt hat er sich auf dich eingeschossen. M-hm. Mann! Wie kann ich denn... Ich kann nicht zutzeln, wenn du in der Nähe bist. Jetzt... Jetzt bin ich wieder der Fällige, oder was? Äh... Aua, 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 aua. Jetzt bin ich gar nichts mehr. Ich bin nicht gut. Oh, wie viel wollen denn dann noch kommen? Wie viel haben denn die? Oh, verfügst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, mich wieder zu beleben. Weil, bis ich stehe, schießt er gerade wieder. Okay. Dann macht es eher Sinn, wenn die weg sind. Ja, okay. Jetzt. So, warte mal. Bleib mal stehen. Okay. So. Du kriegst aber viel mehr Energie, ne? Wenn man sich gegenseitig pustet. Keine Ahnung. Oh nein! Nicht wieder kotzen! Nicht wieder kotzen! So, jetzt brauchen wir eine halbe Stunde, ne? Halt mir mal den Rücken frei. Jetzt hups. Oh, ich hab ihn! Oh, er hat zutzelt! Ja, das ist schön. Ich komm wieder nicht hin, weil ich wieder hier... Einen Arsch voll hab hier. Oh Gott, jetzt häng ich hier wieder. Ich bin tot. So, schön. Ich auch gleich. Nicht wieder den Helikopter, bitte! Nee, bitte nicht. Kein Helikopter für uns. Kein Helikopter, nein. Kein Helikopter, gut. Das ist echt sehr fair. Ja. So. Ich hau schon drauf hier, was geht. Ja. Komm her jetzt. Heine Güte, wenn die dich mal haben, ne? Ja, 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 ja. Hammer! Jetzt hör doch mal auf da. Jetzt lag ich dir mal hier rüber ein hier. So geht das. Tutzeln. Tutzeln. Falscher. Klopf. Tutzeln. Oh, kommst aber nicht zum Tutzeln, weil du so schnell bist. Zack. Haben wir die Tür aufgemacht. Oh. Ups. Kommst ab. Äh, was ist das denn? Äh. Was zum Henker? Äh, mir scheint es wird nochmal richtig interessant. Oh Gott, guck dir das Bild da hinten an. Ja, ich seh schon. Ihr seid also die Zigeuner, was? Unsere Nutten haben die Gelegenheit genutzt und sich abgehauen. Wollt ihr uns das bezahlen oder nehmt ihr euren Platz ein? Äh, ich hab auch eine Frage. Wann hast du zum letzten Mal deinen eigenen Schwanz gesehen? Oh Gott. Jetzt sind wir im hohen Niveau angelangt. Jetzt sind wir im sehr hohen Niveau. Sag mal. Ich mach keinen Schaden mit dem Bein. In das Gesicht rein muss das Bein. Ja, jetzt hab ich nen Torso. Ja, das sieht doch schon besser aus. Oh, zutzeln. Zutz... Achso. Oh, Knudermann. Alter. Knudermann hat sie ganz... Oh Mann ey. Ich hab Torso geworfen. Ja, man machen soll. Oh, wer fliegt. Hast du denn jetzt ne Luft erschossen? Ja, er, 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 ermessert. Ermessert. Na wer will noch was? Wer hat noch nicht? Och nein, okay, jetzt reicht es aber wirklich ja, aber hauptsache hat ein Home-Trader da hinten stehen. Du weißt, dass ich dich am liebsten habe, ja? Oh Gott, nein ey, Herrgott noch mal, das gibt's doch nicht! Wachen! Wachen! Na wenigstens zieht er seine Hose wieder an. Was? Oh mein Gott! Okay, da hatte wilde Partys am Laufen, ey. Okay, ich bin tot, das war jetzt schon wieder zu viel des Guten, irgendwie. Du auch. Ich war noch begeistert, was er da veranstaltet hat. Wir sterben uns hier grad so richtig durch, ne? Oh nein. Es gibt auch so viel zu gucken. Das erinnert mich irgendwie voll an, ähm, äh, na? Äh, scheiße. Wie hieß der jetzt? Ich, ich komm jetzt grad nicht auf den Namen, ich fasse es nicht. Ich krieg den Torso nicht gepackt. Hallo! Torso! Ich kotze gleich wieder. Ich halte da mit dem Torso komplett in die Fresse ein. Oh, er lebt noch. Wie kann das denn passieren? Jetzt fliegen ja die Körperteile durch die Gegend. Jetzt ist endgültig Schluss. Aber wieso treffe ich nix? Wieso treffe ich nix? Bin ich denn jetzt schon wieder? Ja, Leute. Ich hab grad, ich hab grad das Bein in der Luft, ähm, what? Das Bein hat mich erwischt. Oh, verdammt. Ich hab die Waffe gesehen. Ah, verflixt. Achso, hä? Ich stehe ja da noch. Was? Eieiei, jetzt lass mich doch mal da werfen. Ich hab auch mal gut hier. Okay, jetzt kommen wir schon wieder ohne Spritzen dahinten, das gibt's ja net. Ne, ich bin noch voll. Oder du schon, okay. Aber ich sterb gleich wieder. Das sag ich dir jetzt schon. Warte mal, was hat... Kann man diese Spielzeuge denn aufnehmen? Sind das Spielzeuge? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ey. Ach, jetzt weiß ich, warum ich hier gestorben bin. Ja, ohne Kopf lässt sich schlecht kämpfen, mein Freund. Wieso bin ich jetzt schon wieder tot? Was hat mich denn erwischt? Ich kapier's nicht. Oh, wieso schmeiß ich die Waffe? Wieso schmeiß ich die Waffe? Du musst doch mit der Waffe schießen, nicht? Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Oh nein. Warte mal. Achtung, lebst du bitte. Äh... Heil dich mal. Oh! Ich wollte dich heilen. Jetzt bin ich in den Schuss gesprungen. Achtung, lebst du bitte. Geh weg, ich geh weg. Oh je, ey. Bleib doch mal da. Ja, wie denn? Hallo, wenn ich da bleibe, dann sterbe ich. Geht's da. Danke. Mann. Ein Beeks für die Ewigkeit. Zusehen. Das lebt ja noch. Weg. Ey, jetzt leck mich doch am Ärmel. Oh man, okay. Weißt du, das ist wieder ein Checkpoint? Bitte lass das wieder ein Checkpoint sein. Wir haben uns zum nächsten Checkpoint geschlagen. Na, wenn das mal kein Katana... Oh, zwei Katana. Ja! Katana? Oha. Alter! Ach man ey! Jetzt hab ich einmal so'n scheiß Katana in der Hand und dann kommt hier so'n... Ach du heilige, wie voll ist das denn hier? Ich will auch schnämmen. Ja, aber, 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 aber... Was ist denn? Naja, du stirbst dir gleich. Naja, Moment mal. Oder ist ein anderer Katana noch? Hallo! Hallo! Hör dir mal auf! Aufhören! Aufhören! Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. So viele gegen einen, das ist... Ich wollte grad sagen, du hast hier grad drei Millionen gegen einen. Also von Fairness zu sprechen. Wie sollen wir das denn jetzt machen hier? Sag mal! Sag mal, ist das jetzt grad ein Benchmark-Test oder was ist hier grad los? Wow! Ich seh dich nicht mal mehr. Ach, da bist du! Rechtsseuer! Ist das albern! Ist das albern! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ach du heilige! Na gut, das heißt jetzt wirklich pur mit dem Schwert durchschnetzel. Aha! Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn? Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn? Mann! Ich seh mich nicht! Ich seh mich nicht! So hier, jetzt kannst du auch hin. Was bist du ohne dir? Ich hab das Schwert wieder geschmissen. Jetzt schmeiß ich Köpfe! Mann! Ich will den Schwert haben! Die Kacke! Na guck mal, ist doch ganz einfach mit dem Schwert! Ja, easy! Ach, ey! Jetzt leckt mich doch alle am Sack, ey! Ganz ehrlich! Das geht mir sowas von auf den Piss! Warte mal! Seid ihr echt ganz nix mal ganz Knülle hier? Das ist immer so übertrieben sein müssen dann auf einmal! So hier! Oh du Sorrungsschwert! Oh man, oh man, oh man! Ist das anstrengend! Na, wenn da was nicht ist, oder? Ah, endlich! Das kleine Häschen sitzt in seinem Käfig! Warte mal, ich mach! Erstmal ganz ruhig! Sicher haben wir viele Gemeinsamkeiten! Es gibt keine Verhandlungen! Wir wollen antworten! Äh... Geht es etwas genauer? Ich ändere... Alles! Die Entführungen! Die Experimente! Die Experimente! Necro! Du wirst uns diese ganze Scheiße erklären! Na gut! Ich hab keine Zeit, um euch Nachhilfe in Wirtschaftspolitik zu geben! Wir haben alle Zeit der Welt! Du entscheidest! Du kannst normal sprechen oder vor Schmerzen schreien! Okay, okay! Die Bratwa für uns genauso... Was? Die Bratwa ist für uns genau so eine Last wie für euch! Wir haben uns bei den Eiern an gewissen illegalen Vorgängen teil! Und... was? Ich... Ich krieg's grad nicht hin mit dem... Mit dem... Mit dem Text! Super leid! Oh! Sorry! Oh shit! Doch was ihr wisst, ist schon drüber! Was? Darüber? Ihr kommt aus einem... Zick! Verzeihung! Roma-Lager! Jetzt fangen sie an mit der richtigen Aussprache! Ich... Müsste das Labor und die Produktionen finanzieren! Also ich musste... Was die Rekrutierung von Freiwilligen angeht! Mir wurde gesagt, dass Necro bloß eine Chemikalie sei! Billig zu produzieren und potenziell hoch profitabel! Mehr weiß ich darüber nicht! Ehrlich! Ich bin Politiker! Kein Mafioso! Ihr habt den falschen Mann! Nein! Wir haben genau den richtigen Mann! Doch einen Freund... Was? Durch einen Freund wurde uns klar, dass wirklich an all dem... Wer wirklich an all dem schuld ist! Wenn du weg bist, hat die Bratwa keine Deckung mehr! Dann fällt das Kartellhaus in sich zusammen! Und was dann? Geht ihr zurück in euren hübschen Zicoiner-Lager und verhungert! Denkt doch mal nach! Ihr kämpft in einem ungleichen Kampf! Oh! Oh oh! Hundiii! Oh! Wir müssen wieder kämpfen! Oh nein! Warum haben wir eigentlich unsere Schwerter nicht mehr? Ja! Sag mal, wie lange muss ich noch drauf prügeln? Ach Gott! Jetzt müssen wir auch noch aufpassen, dass er nicht abhaut! Der Hund lebt noch! Echt jetzt? Sehr aggressiver Hund! Okay! Achtung, Achtung, Achtung! Sehr gut! Ab den! Warte mal! Ich probiere mal, was ist da hier? Das ist das... Der Schildtypi, ne? Der ist ja völlig nervig! Ja! Ab ihn! Ja! Jetzt habe ich natürlich die Schild-Dings wieder in Deckung fallen lassen! Oh! Diese Hunde! Diese Hunde! Jaja! Oh Mann! Ich komme auch hier überhaupt nicht mehr klar! Ich kriege nicht! Jetzt! Nein! Ich bin in den nächsten Hund reingerannt! Jetzt lass mich doch mal zufrieden! Ich bin gleich weg! Achtung! Leider! 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 Ich bin tot! Ich kriege ja nicht! Ich bin vorbeigesprungen! Äh wie! Es geht weiter Bulls! Ne! Es geht nicht weiter! Okay! Boah! Ey! Das ist aber auch echt! Das ist echt so heftig! Na komm! Das ganze Gelaber hier! Ich wiederhole nicht wieder alles! Das könnt ihr vergessen! Aus ist! Lass das! Geweckte Köder! Nein! Nein! Raus! Oh! Dieser Schildtypi! Könnten wir den einfach mal abschießen! Dann machst du mit dem Hund kaputt! Ich hack da schon eine halbe Stunde drauf rein! Jetzt kommt auch noch links die Leider! Äh! Rechts die Leider! Ich krieg den mit dem Schild nicht weg! Ja klar! Jetzt habe ich mal einen Mal in Schlacht! Du bleibst da! Opa! Opa! Ach! Flick der Köder hier! Ach! Ach! Jetzt habe ich mal kurz gelesen was der schreit! Wirf das Seil nochmal runter! Wirf das Seil nochmal runter! Wieder den Arsch! Jetzt haben wir hier noch zwei Schilder! Das ist ja unfair! Das wird nix! 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 Ich häng fest! Jetzt hör doch mal auf mich immer runter zu treten! Ah! Jetzt liege ich ab Boden mit den bescheuerten Ködern hier! Und ich kotze! Ich... Ich auch! Hab ihn! Ich hab ihn! Ach! Ach so! Das ist nur ein Überzeitspiel! Ich dachte mir schon wie soll mir das alles schlagen! Oh Gott! Verdammte Versager! Operation erneut starten! Hallo! 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 Ich sagte erneut starten! Hört ihr mich? Sofort! Sonst kriegt ihr mich! Hallo! Okay! Und wer diese Rad umbringt, bekommt einen Bonus! Hallo! Hallo! Erstmal ganz ruhig! Sicher haben wir viele Gemeinsamkeiten! Ach so! Da war ja noch was!